So, das ist jetzt mein zweiter Versuch. Ich habe eben schon gesagt, die Hühner sollte man am besten da fangen und hier oben ist der Tresor. Ich habe eben schon den Fail dazu hochgeladen. Also ihr müsst aufpassen, dass die Hühner den Wachen nicht zu nah kommen, weil das war einfach der Grund, warum ich eben auch gestorben bin. Jetzt hoffe ich nur, dass Huhn quatscht mich nicht wieder die halbe Stunde hier voll. Das Problem ist halt, ihr seht selber, ich bin jetzt direkt auch in dem Haus da gelandet, habe mir da erst mal ein bisschen Loot geholt, dann hat schon gerade ein Gegner, der mir ein bisschen im Weg stand. Aber ihr seht schon, hier sind kaum Hühner bis gar keine. Da hinten ist schon wieder irgendeiner, ich sehe nämlich die Schüsse. Aber wir probieren halt jetzt einfach hier das Hut zu schnappen und dann da hoch und dann müsste die Aufgabe dann auch endlich mal erledigt sein. Ich meine, ich habe es jetzt das zweite Mal probiert, aber ich weiß natürlich auch nicht, ist jetzt schon ein Gegner da, wurde der Tresor schon geöffnet. Und wie gesagt, achtet darauf, dass die Bots nicht vorm Eingang stehen. Also die können schon stehen, aber wartet, bis sie wieder weggehen. Sonst werdet ihr einfach das Problem haben, dass die Bots angegriffen werden und die Bots greifen euch dann an und nicht das Huhn. Also ihr geht einfach mit dem Huhn hier runter, zack und offen ist der Tresor. So, danke Huhn. Gehen wir noch schnell rein, holen uns natürlich die Beute ab. Ja, man denkt immer, da ist noch einer. So, holen uns natürlich die XP auch noch mit. Gucken wir mal noch, was sonst noch hier rumfliegt. Und dann würde ich sagen, was ist die, jetzt habe ich noch, ach ne, über uns ist noch eine Kiste. Und dann würde ich erst mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn du mehr Tipps haben willst oder Hilfe brauchst, schreib es einfach in die Kommentare. Wir helfen da gerne weiter, auch meine Mods und alles mögliche. Und in dem Sinne würde ich sagen, bin ich erst mal raus, was die Aufgabe betrifft. Euch auf jeden Fall viel Glück, ihr werdet es natürlich auch schaffen. So könnt ihr es halt am einfachsten machen. Und in dem Sinne, haut rein.